Guten Tag, können Sie mir bitte helfen? Natürlich, was ist denn passiert? Mein Name ist Sirsche Duffy und ich wohne bei der Familie Vogler in Berlin. Heute, als ich mit dem Familienhund Otto spazieren war, ist er mir weggelaufen. In Ordnung, bleiben Sie ruhig. Wann ist der Hund weggelaufen? Es war ungefähr um halb drei. Ich bin mit Otto im Grönewald, Park Gassi gegangen. Plötzlich hat er sich losgerissen und ist einem Wildschwein hinterhergelaufen. Können Sie den Hund genauer beschreiben? Also Otto ist ein mittlergroßer Labrador und hat braunes Fell. Er ist sehr kinderlieb. Trägt der Hund ein Halsband oder einen Mikrochip? Ja, Otto trägt ein blaues Halsband mit Namen und Adresse. Was haben Sie bis jetzt unternommen, um ihn zu finden? Ich habe bereits den ganzen Park durchsucht und Passanten gefragt, ob Sie ihn gesehen haben. Vielleicht ist er immer noch im Park, wenn er dem Windschwein hinterhergelaufen ist. Versuchen Sie erstmal das örtliche Tierheim anzurufen. Auch der Postbote könnte ihn gesehen haben. Ihn würde ich an Ihre Stelle auch mal fragen. Das ist eine gute Idee. Otto ist ja in der Nachbarschaft bekannt. Was können Sie sonst noch machen? Ich kann soziale Medien einsetzen, um ihn zu finden. Wenn ich nach Hause komme, werde ich gleich ein Foto von Otto auf Facebook und Twitter stellen. Aber warum gibt es überhaupt Wildschweine in Kornewald? Das ist doch mitten in Berlin und brutal gefährlich für die Spaziergänger. Normalerweise tun sich Spaziergänger nichts, wenn man sie in Ruhe lässt. Der Park ist eine große Futterquelle für die Tiere. Machen Sie sich keine Sorgen. Bestimmt werden Sie Ihren Hund bald wieder finden. Ich hoffe es sehr. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Vielen Dank.